Das ist ein Tag der Dankbarkeit und der Demut für mich. Die Wähler haben mir in großem Ausmaß das Vertrauen gegeben und ich weiß damit sehr verantwortungsvoll umzugehen, nämlich dass ich das, was ich vorher versprochen habe, auch umsetze, meinen Prinzipien treu bleibe und eben am Bind, der Österreich hoffentlich in eine positive Zukunft begleitet. Ich habe vom Wienergebnis jetzt noch nicht viel gesehen, im Van der Bellen hat er sehr gut abgeschnitten, ich gratuliere ihm dazu und wir werden sehen, wie es dann im nächsten Wahlgang aussieht.